Winkel und ein Dachablauf in Trichterform gefertigt für Flachdach. Und ein Dachablauf in Trichterform gefertigt. Und ein Dachablauf in Trichterform gefertigt. Und ein Dachablauf in Trichterform gefertigt. Ablauf Trichter wurde eingeklebt. Dachablauf vom Carport von unten. Man hat 60 Grad Winkel, Feihrohrwinkel montiert. Das Wasser soll stürzen, soll nicht in der Leitung stehen bleiben, es soll nicht einfrieren. Und ein Dachablauf in Trichterform gefertigt. Das Wasser soll nicht in der Leitung stehen bleiben, es soll nicht in der Leitung stehen bleiben. Vielen Dank.